hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu horse reality wer noch nicht dabei war anfang des jahres dem wünsche ich natürlich immer noch ein frohes neues jahr ich hoffe ihr seid gut ins neue jahr gestartet und habe bisher nur gutes erlebt ansonsten wer gerade krank ist wünsche ich natürlich gute besserung werdet schnell wieder gesund und kommt ganz ganz schnell wieder auf die beine so wir starten heute mal etwas anders als ich das sonst immer gemacht habe denn wir gehen direkt mal hier in diese startseite ich möchte nämlich heute mit euch gerne darüber sprechen was denn so meine ziele und meine wünsche für 2023 zumindest was horse reality betrifft angeht einmal euch zeigen und bin gespannt was ihr dazu sagt zum einen habe ich ja hier die ganzen fensterchen halt eben ich habe ja einige rassen wie ihr ja wisst ich bin da so ein bisschen experimentierfreudig was die anderen rassen dann auch angeht und manch eine kleine rasse hat sich zu einer ganz großen gemausert das werdet ihr auch noch sehen unter anderem nämlich auch die akate china die mit einer ganz kleinen rasse hier so nebenbei gestartet sind und jetzt wie ihr seht ja 17 pferdchen und ich glaube im fohlenstall sind auch noch welche dabei also es ist schon etwas größer geworden als ich es anfänglich geplant habe mittlerweile wie ihr sehen könnt bin ich aber auch was die konfi werte angeht an einem punkt angelangt danke dafür natürlich auch für die hilfe das ist nicht alles nur mein verdienst das müssen sie natürlich auch dazu sagen aber einiges davon ist halt eben auch sortieren aus diesen zuchten wie zum beispiel die beiden hier die sind halt eben dann auch mit in meinem stall geboren und das soll weiter geführt werden so dass ich dann natürlich auch wieder aus den eigenen zuchten tolle neue fohlen bekomme und das ist halt eben zum einen die planung für die akate china die zucht ausbauen gute konfi erreichen vielleicht dadurch auch gute verkäufe erzielen das ist halt eben so mein plan dann haben wir hier so ein bisschen mischmarstall aus arabann wambi mustang und ich glaube hier da sind auch noch lusitanos zwischen ja die habe ich halt eben auch mit dabei das ist so ein bisschen mischmarstall für alle so diese mini sachen mini zuchten ich habe meinen irisch kopf hengst noch behalten ich habe gar keine stute mehr aber den habe ich behalten weil er konfitechnisch gut mitmacht und vielleicht kriege ich doch noch mal eine stute die mir gefällt dazu und kann da vielleicht doch noch mal eine kleine zucht staaten aber das sind alles so kleinere sachen auch die bombys ja die bombys sind hier ein bisschen dominanter was das ganze so angeht da sind auch ein paar dazugekommen ansonsten lusitano fange ich gerade erst wieder an die araber auch da bin ich noch ein bisschen am struggeln ob ich die araber wieder ganz raus schmeiße und mich dafür voll und ganz auf die akate china konzentriere oder ob ich da einfach eine kleine nebenzucht mache ja dann kommen wir zu den exmoor und welch ponys da haben wir einmal den pony stall das ist immer ganz süß da freue ich mich über drauf wenn ich den sehe weil das sind die kleineren und die sind ja immer sehr sweet ja die exmoor ponys habe ich nach wie vor und die sollen auch nicht meinen stall verlassen sind allerdings eine etwas kleinere zucht geworden zum einen dadurch dass meine hengste mir entweder ja demnächst versterben oder halt verstorben sind aber ja klein aber fein trotz alledem bleiben sie und ich möchte eigentlich gerne so in die dunklere farbgebung eigentlich ist mir nelly schon wieder ein bisschen zu hell aber das geht auch noch nelly ist trotzdem toll und macht sich sehr gut auch in den konfis soweit ja die welt schießt sind vor einiger zeit auch wieder eingezogen in meinen stall und ja da habe ich jetzt ganz neu phoenix dabei phoenix ja ist nur sabino stute dann habe ich den armor dazu genommen mit einem rab mit rabbi halt eben ja weil toni ist rap c da seht ihr schon wo vielleicht so ein bisschen die versuche hingehen sollen ja mal was ganz helles dazwischen ja mal gucken also das ist auf jeden fall so eine kleine nebenzucht wo ich aber wahrscheinlich eher so auf konfi und farbe g und weniger irgendwie auf was anderes dann habe ich immer noch die finn horses im stall stehen obwohl sie schon viele rausgeschmissen haben kann ich verstehen auf der einen seite auf der anderen seite ist natürlich schade da man sich dann nicht mehr so richtig austauschen kann aber ja was soll's bei mir sind sie auch eine kleinere zucht geworden da hatte ich auch mal mehr bin aber sehr sehr stolz dass auch da sich konfi technisch ein bisschen wieder was tut vor allen dingen der tavo macht sich ganz gut bei mir hier meine stute die macht sich auch sehr sehr gut die ist ja auch aus einer guten verpaarung die ella und den nando also da ist natürlich klar dass da eigentlich nur zumindest ein gutes pferd wenn auch kein kracher aber ein gutes pferd entsteht und da bin ich noch dran das halt eben so ein bisschen auszubauen dann haben wir die fjordis da gibt es auch mit den norikern zusammen zu denen kommen wir gleich eine züchtergemeinschaft bei der lieben juki im discord und wir verstehen uns dort auch sehr gut und das klappt auch alles soweit die fjordis sollen aber eigentlich auch wieder etwas kleiner werden na also das ist mir doch eigentlich ein bisschen viel wobei das natürlich jetzt farbtechnisch mal ein bisschen unterschiede sind einmal rot braun nur dann halt eben ich weiß gar nicht wie nennt man die farbe noch müsste mal eben gucken habe ich das irgendwie geschrieben ich glaube das ist dann skin oder so ähnlich heißen die mit ein bisschen grau anteil so ein bisschen drin schwarz halt eben also rappe ja das ist so dass so ein bisschen bunt halt eben dann aber groß werden muss die zucht nicht unbedingt dann habe ich immer noch meine hafflinger und ihr seht schon farbtechnisch bis auf so kleine ausnahmen halt eben die dann aber auch sehr sehr gerne in meinem stahl sind ja ist es halt sehr dunkel fuchs lastig hier bei mir dunkel fuchs mit etwas rose farben angehauchter mähne oder auch sehr hell je nachdem und ja das ist halt eben so das was ich gerade bei mir habe viele käufe die dazugekommen sind da muss ich auch noch decken habe ich gesehen huibu hat gerade auch ein fohlen bekommen den kleinen mann hier der wird auch sehr hell je nachdem wie er sich in den kompfeis macht nur 87 gleich beim ersten mal ist erstmal nicht so schlecht das ist jetzt nichts wo man gleich die flinte ins korn wirft und sagt der geht die zu gisela oder direkt zum markt muss man mal gucken ich mag auch die hellen hafflinger also ich finde sie nicht hässlich aber ich mag einfach diese schönen dunkel füchse die mag ich am liebsten ja dann kommen wir zu den isländern wo aradis neu dazugekommen ist und da wird es ein projekt geben ich will noch nicht zu viel verraten denn ich habe da eine projektpartnerin an der hand die das ganze mit mir durchziehen möchte und ich glaube wir werden das dann erzählen wenn es wirklich spruchreif ist so dann haben wir hier noch einen kleinen einsamen hengst das liegt einfach daran dass ich teilweise die hengste in die stadcard gruppe geschoben habe das zeige ich euch gleich auch noch und natürlich viele auch leider schon rentner sind ja die werden schon ziemlich alt bei mir teilweise sind sie wirklich bis zum tod bei mir und da ist auch so eine sache was ich halt eben sehr gut fände die namibs ja immer noch recht große rasse bei mir obwohl ich manchmal mir denke ich möchte sie einfach alle rausschmeißen manchmal habe ich wirklich so tage wo ich mir denke alle zu gisela so wie sie sind und tschüss und raus und dann wenn ich kurz davor bin denke ich mir immer so nee eigentlich willst du das ja nicht eigentlich hast du jetzt so viel arbeit und mühe da rein gesteckt in diese zucht und klar es kann noch nicht so gut sein weil die rasse noch relativ jung ist darf man ja auch nicht vergessen dass da noch nicht so viel ohne average und so sind gibt es überhaupt schon welche ohne average ohne below average weiß ich gar nicht wer das weiß kann das mir ja mal gerne unten in die kommentare schreiben fände ich total crazy wenn es das schon gäbe ansonsten versuche ich so ein bisschen dieses below average mal rauszukriegen nicht easy aber ich glaube kennt ihr selber das sind dann noch mal die hengste die jetzt nicht in den stadcard sind ja da habe ich halt eben auch so ein paar schöne nachzuchten die vielleicht auch mal mit liver so ein bisschen ja die farbe haben flexen das ist so ein bisschen flexen lastig geworden bei mir aber ich mag es auch sehr sehr gerne ja die gruppe ist gerade leer ich habe gedacht wenn ich das video ein bisschen anders mache brauche ich die neuen pferde nicht da rein schieben ja die norika ihr seht schon große große zucht geworden und nicht nur das ich habe ja hier auch noch foundation norika die foundation norika deswegen in einer anderen gruppe dass ich das so ein bisschen mal auseinander halten kann wie entwickeln die sich und wie entwickeln sich die anderen norika die man halt eben am markt kauft oder selbst züchtet auch da viele viele neu zugänge aber auch eigen zuchten ich gucke auf farbe zum einen und gleichzeitig auch auf konfi und das ist noch nicht ganz so einfach aber ja sind schöne farben auf jeden fall dabei und viele folgen die noch sich sehr toll entwickeln werden ich glaube das wird schön und da haben wir halt eben auch eine schöne zuchtgemeinschaft wo wir uns gegenseitig unterstützen wollen und uns da auch helfen wollen bei der zucht gegenseitig ja und das ist so dass wo ich richtig spaß dran habe mittlerweile hätte ich nicht gedacht ich hätte nicht gedacht dass ich mal an den norikern so viel spaß haben werde die waren schon mal in meinem stall und sind dann verschwunden dann hatte ich sie vor einiger zeit schon mal und habe auch die raus geschmissen weil ich es irgendwann leid war und jetzt bin ich voll drin vielleicht ist es auch die gemeinschaft dass man einfach so gegenseitig sich pusht und unterstützt vielleicht ist es auch das das denke ich ist es auch aber ist eine schöne rasse gefällt mir sehr sehr gut ach so by the way das ist übrigens der neue hintergrund den es im delta store für 350 data points zu kaufen gibt der nennt sich wie nennt er sich denn noch gleich monte fitz genau und den habe ich natürlich für einen neu zugang für den tollen chess genutzt und ich finde und da bin ich nicht alleine haben auch die anderen gesagt der sieht richtig toll aus mit dem hintergrund passt richtig richtig gut und ich finde er kommt dann auch richtig schön zur geltung dieses dunkle ist ja häufig etwas schwierig mit hintergründen und das passt aber sehr gut es ist nicht zu grell aber halt eben auch nicht so dass man ihn gar nicht mehr erkennen kann deswegen passt ganz gut zu ihm und dann habt ihr auch gleich den neuen hintergrund mal gesehen ja dann sind wir auch hier bei den noreca foundation fohlen die habe ich wirklich da dann halt raus gezogen ihr wisst ja die kosten dann 5000 coins und wenn man glück hat zieht man da auch mal ein relativ gutes fohlen raus hier habe ich auch mal welche mit average below average bei aber ist eine tolle farbe auf jeden fall und da möchte ich mal gucken was so machbar ist genauso bei ihr halt eben auch schaut mal die farbe wie ist so hammer sooty seal bay varnish und die hat zwar viel average aber da denke ich werden wir das auch aussehen können die sind gar nicht mal so schlecht die haben immerhin sogar ein very good dabei auch sie hier hat auf jeden fall ein very good dabei eine schöne rapsstute kann man nicht meckern also man kann auch wirklich glück haben in der foundation ja dann habe ich hier die oldenburger auch eine sehr kleine zucht sehr übersichtlich ja dieser ira mason und blaze und da will ich mal gucken ja ist nicht ganz so easy also ich mag die oldenburger und ich möchte sie auch nicht rausschmeißen aber es ist schwierig für mich die farbe zu kriegen die ich haben möchte ich möchte eigentlich einfarbig züchten dieses tobiano ist aber auch sehr dominant das ist halt eben das wo so ein bisschen schwierig ist aber ich mag die stute sehr sehr gerne deswegen ja dann kommen wir zu den rentnern rentner sind übrigens pferde bei mir meistens so ab 19 jahren packe ich die zu den pensioners und ja pack sie dann hier rein um einfach so ein bisschen schon mal den überblick zu haben okay die pferde sind schon was älter und die anderen sind halt eben noch jünger und mit denen möchte ich verstärkter züchten wobei die nicht auf ihr alten teil gesetzt werden und gar nichts mehr machen sondern die ja bleiben halt einfach so lange entschuldigung ja das konnte ich jetzt auch nicht mehr verhindern die bleiben halt jetzt eben bei mir bis zum schluss und da ist auch schon einer meiner hafflinger hengste leider verstorben der ist auch so schon nicht mehr hierbei ich denke hashtags showno ist auch einer der nächsten der halt eben dann gehen wird da haben wir noch nandos laura die ist auch schon was älter symphonies du ihm also die sind alle schon ein bisschen was älter auch call me hardy mit dem noch fleißig gezüchtet wird hätte ich nie gedacht aber der ist echt toll der ist schon wirklich ein träumchen ja dimmer solon auch der wird fleißig noch genutzt aber mit seinen 19 jahren gehörte halt eben dann schaut für mich in diese gruppe und das ist halt eben das nur da sind dann auch die anderen isländer hengste drin da findet man die dann halt eben auch ja pr es auch eine kleine aber feine zucht bei denen trete ich so ein bisschen auf der stelle da muss ich mal gucken ich denke ich werde auch bei den pr es umstellen auf competitions und weniger auf konfi das macht es für mich dann etwas entspannter wobei die konfis ja bei denen auch nicht übel sind also hier eine 92 387 müssen eigen zucht kann man nicht meckern also von den werten her sind die absolut okay aber irgendwie fehlt mir da was ich weiß es nicht keine ahnung irgendwas ist dann noch aber mag ich sehr sehr gerne auf jeden fall dann habe ich hier die quarter horses einmal aufgeteilt ha frauen sind ja in der überzahl 27 zu 26 nein ja die quarter die werden ja demnächst ein remake erhalten und werden da etwas überarbeitet ich bin sehr gespannt die ersten bilder sind sehr vielversprechend und lassen hoffen dass die sehr gut aussehen werden ist natürlich immer die frage den kopf und so der rücken und alles das haben wir noch nicht gesehen bisher waren es nur die beinchen und ein bisschen bauch ja ist halt immer schwierig ich bin auch gespannt wie die rabbis dann aussehen das ist ja vorrangig meine zucht rabbis rabbi träger halt eben zu züchten ja und das ist halt eben so ein bisschen die bunte mischung daraus ich habe auch so ein bisschen vor mal mit dem gp bei den rabbis ein bisschen höher zu kommen dabei aber möglichst was die konfi angeht nicht zu tief zu kommen also ihr merkt ich habe mir einiges vorgenommen das wird eine gute herausforderung ja bei den hengsten was haben wir denn da da sind natürlich ein paar ja pferdchen aus anderen stellen zu mir gekommen meinen glow star habe ich wieder bekommen mit der zeit der ist dann also wieder zurück zu mir hier habe ich ein rabbi träger mit 758 gp wo ist denn mein anderer wo habe ich den denn da war nämlich noch einer der 743 hier 752 das ist sogar ein rabbi also die richtung die möchte ich da schon einschlagen und ich habe den habe ich aber glaube ich zu den folgen gegeben da gucken wir auch gleich noch mit 772 glaube ich ein rabbi träger also da geht so ein bisschen die reise halt eben hin ja hier sind auch noch mal exmo pony fin horse namib und isländer die halt eben bei den stat cards sind die ich auf meinem profil zeige deswegen sind die einfach hier in dieser gruppe halt eben drin ja und last but not least die englischen vollblüter und da sind es ist es eine kleine zucht aber dafür eine relativ qualitative zucht weil ich da mittlerweile auf einem guten level bin was halt eben dann die konfi angeht das ist zum beispiel eine eigen zucht und da liegen wir jetzt auch bei 83 9 und war nicht einmal dass wir hier irgendwie in second premium oder so gegangen sind sind sehr gute werte soweit 7 very good also da war ich ganz so 7 stück gleich an der zahl weil ich glaube die eltern haben beide weniger genau die haben beide 6 nur und da ist richtig was entstanden da hat sich die oma so ein bisschen durchgesetzt mit ihren 8 very good die omas die sind immer die besten das ist mal das was ich immer wieder sage ja das ist das was mich so ein bisschen stolz macht wir gucken bei den fohlen noch rein die will ich euch auch nicht vorenthalten teilweise sind sie auch im verkauf ja hier ist eine rabbi stut mit 740 und da ist auch mal welche dabei mit höherem gp aber die sind nicht unbedingt dann auch gleichzeitig rabbis das ist aber kein rabbi soll aber irgendwann genau so was gewesen ist kein rabbi aber ich möchte draußen ab träger mal züchten mal gucken wie das wird so aus eigener zucht ja das ist so das was bei mir so im stall rumfleucht der ist im verkauf falls wer interessiert ist auch da können wir gerne mal eben rein gucken in meine verkäufe da habe ich noch vier pferdchen die ein neues zu hause suchen und ja die preise sind ein bisschen höher aber ich bin auch mittlerweile nehmt's mir nicht übel nicht mehr bereit meine pferdchen zu verschenken es hat viel mühe und zeit und so weiter gekostet dahin zu kommen wo ich jetzt gerade mit meinen pferdchen bin ich weiß dass ich damit nicht zur crème de la crème de horse reality gehöre da gibt es noch ganz andere level das weiß ich auch gerade bei den quarter horses reden wir da wirklich von confis 97 98 ich bin mal gespannt wann das erste pferd die 100 erreicht oder 99,9 irgendwas da bin ich mal sehr gespannt drauf welches pferdchen das dann ist wenn dann die oder der glückliche dann am ende ist ja nichtsdestotrotz wenn ihr mir ein faires vernünftiges angebot macht sind das auch preise die verhandelbar sind ist also absolut kein thema ja der samenmarkt auch da habe ich noch ein paar ältere samenflächen die ich dort verkaufe apropos samenmarkt ich habe ein bisschen probleme mit dem ganzen markt wenn ich jetzt hier hingehe und möchte gerne samen verkaufen halt stopp vielleicht habt ihr da tipp für mich einfach nur mal so halt stopp nein da will ich doch gar nicht hin hilfe da wollte ich so create new sale jetzt möchte ich samen verkaufen und gehe dorthin und kriege dann irgendwann eine fehlermeldung dass es nicht funktioniert habt ihr das auch kennt ihr das oder habt ihr einen anderen weg für mich wie kann ich am besten samenflächen verkaufen und auf dem schnellsten wege weil man hat ja auch mal etwas ältere samenflächen im freezer da sind so einige die ich da halt eben drin habe ich will das jetzt hier eigentlich mal eben abbrechen weil error meldungen haben wir genug schon gesehen na ihr seht da sind so einige fläschchen die ich nicht alle verkaufen möchte aber doch einige dabei die vielleicht mit an dem markt können und das würde ich halt sehr gerne machen wenn ihr da hilfestellungen habt für mich sehr sehr gerne einmal in die kommentare unter diesem video dann bedanke ich mich für euch fürs zugucken ich hoffe euch hat diese art video auch mal sehr gut gefallen wenn ihr zu einer rasse etwas mehr sehen wollt dann sehr sehr gerne auch einmal unten in die kommentare schreiben dann mache ich das natürlich auch sehr gerne ihr lieben ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag abend morgen wann immer ihr das video seht und dann sage ich tschüssi bis zum nächsten mal mal